Leute, moin, herzlich willkommen auf jeden Fall zu meinem weiteren Video auf PyroJT, Leute. Und heute wollte ich euch einen kleinen Glitch von Epic Games zeigen. Nämlich, ihr müsst einfach gleich, ihr, also ich habe was mit dem neuen Curtaining Skin, ich fand, ich feier den richtig cool. Auf jeden Fall. Äh, Paul! Hey, Pyro, hast du auch schon gehört, dass, wenn man diesen neuen Skin verschenkt, dass man dann V-Bucks bekommt? Ich wollte das jetzt ausprobieren, ich wollte das jetzt ausprobieren. Also, auf jeden Fall. Also, wie, also, wie, weißt du nochmal ganz genau, wie das geht? Ja, du gehst auf Aktien, diesen Curt. Ach, ja, und dann als Geschenk verkaufen, ne? Ja. Ja, ich kann dir nicht schenken, irgendwie. Warte mal, ich schenke mal random irgendjemanden. Ich schenke mal jetzt, ähm, ich schenke jetzt mal Timeatic, so, Timeatic. So, und dann, was du holst? Okay, dann sollte man hier drauf treffen. So, Leute, das war natürlich ein Scherz von mir, von April, April. Dann gehen wir jetzt mit Paul noch in eine Arena-Runde als Belohnung, dass das Video nicht allzu kurz wird. Das am Anfang war jetzt ein kleiner April-Scherz an euch. Dann sage ich ab in die Arena-Runde. Dad. Dad. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.